Lille, eine Packer hat einen Gartscher. Ein Polizist. 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 Spieler, geil. Er hat gekriegt und schön auf die Entfernung, wie ich sie brauch. Ich habe noch die Lampe an. 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 Blankiert einer hin? Ja. Ich habe noch die Lampe an. 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 Hier ist ja alles frei. Also bis hier war ich schon. Fuhren wir hier über die Brücke. Gucken wir mal, ob das Lagerfeuer brennt. Granate? Ach nee. Alter, krass. Ja, Lagerfeuer ist eine gute Idee. Ja, da haben wir es nicht ganz so weit. Und wenn Lagerfeuer nicht brennt, gehen wir da hinten drüber. Heute brauchen wir noch kurz Ausdauer. Hunderter Pingral gehabt, Alter. Ja, übel. Und? Nee, ich glaub nicht. Nicht da. Oh, klar. Naja, macht ja nichts. Wenn wir drüben sind, dann... Wenn wir drüben sind, haben wir es eigentlich fast geschafft. Fast geschafft, ja. Nicht mehr ganz so viele abgefuckte Ecken. Nicht mehr ganz so schlimme Ecken. Ja. Was war denn das? Der Sniper? Ja. Ja, ja. Schlimmer. Der hat doch nicht auf uns geschossen, oder? Doch, doch. Das hat er eingeschlagen bei mir oben. Ja, ja, ich hab's gehört. Das kann doch nicht sein, Alter. Was ist das denn für ein Typ, Alter? Es sind ja richtig schlimm, wenn du hier drüben schon weg bist. Guck mal, nach der Kardanwelle, ja. Die waren drüben. Sieht gut aus noch, ne? Komplett durchgerostet Lochfraß. Lochfraß, genau. Ja, ja. Das Request mit ihm habe ich. Klasse. Super.